Stalker ist ein super populäres Videospiel und Awaken Realms bringt jetzt eine Brettspiel-Umsetzung dazu auf den Markt. Kann man über GameFound unterstützen und ich konnte den Prototypen spielen mit zwei meiner Freunde. Wir haben von der ersten Kampagne zwei Missionen spielen können und ich schildere hier unseren Eindruck. Zum einen, wie sieht das Gameplay aus? Im zweiten Teil machen wir dann ein Fazit. Wir haben das zusammen aufgenommen und zum guten Schluss gibt es dann noch die ganzen Fragen von euch beantwortet. Ab geht's! Ich habe hier das erste Szenario aufgebaut und werde jetzt mal alle grundlegenden Konzepte so zeigen und ein, zwei Runden, wie das Spiel sich denn so spielt. Jede Mini-Kampagne hat so eine kleine Anzahl von Szenarien. In dem ersten sind es drei. Die kommt jeweils in so einer Box und wir haben das erste Szenario, Rescue Dalek. Da ist jetzt alles drin, was wir für dieses Szenario brauchen. Darin finden wir einen Stapel mit ganz vielen Karten, die wir brauchen werden. Und so ein Sheet, was uns genau sagt, was wir hier aufbauen und wo was liegt. Das habe ich schon alles gemacht. Also wir sehen hier eine Karte von einer kleinen Ortschaft, die ziemlich heruntergekommen ist. Ein paar Banditen sind hier schon unterwegs. Es gibt an den Orten hier gewisse Environment Cards. Das sind so kleine Karten, die eine bestimmte Fläche überdecken und die machen das Ganze ein bisschen dynamischer. Also dort kann man Aktionen aufwenden, um die zu erkunden oder dort Aktionen zu machen, wie zum Beispiel eine Wand, Holz einreißen, dass man da irgendwie durchgucken kann. Außerdem gibt es hier so kleine Loot Tokens oder auch so Unknown Tokens. Das heißt, in diesen Gebäuden ist irgendwas, wir wissen aber noch nicht was. Die werden erst getriggert, wenn man da gekracht drumherum macht. Zu jeder Mini-Kampagne gibt es auch so ein Kampagnenbuch. Dort sind die ganzen Skripte für die Szenarien drin. Also hier Einführung, Story-mäßig, was passiert zum Beispiel bei der ersten Mission, wo wir Dalek retten sollen. Da gibt es ein paar Seiten stimmungsvoller Einführung. Noch ein paar Anweisungen, was wir alles aufbauen sollen oder was unsere Startgegenstände sind. Und dann geht es auch schon mit der ersten Runde los. Und ja, hier sieht man dann noch, was einen am Rundenende erwartet, dass man sich so ein bisschen schon mal darauf einstellen kann. Und dann geht es auch schon los mit der ersten Runde. Für dieses Szenario habe ich jetzt mal zwei Charaktere ausgewählt. Das ist einmal hier den Assault und auch hier die Sniperin. Die haben jeweils so eine Charakterkarte mit ein paar besonderen Fähigkeiten, was die halt machen können. Und auch immer einen passiven Bonus. Und die sind halt ausgerüstet mit einer Waffe, einer Lederjacke, haben hier noch Sachen in ihren Inventory. Inventory, Energy Drink, hier nach Munition, Granaten und hier ihr Backpack. Das sind Sachen, die Sie jetzt nicht direkt unmittelbar nutzen können, aber durch eine spezielle Aktion die Sachen austauschen. Also so eine Prepare Action kann man machen, um dann Sachen vom Backpack ins Inventory zu laden. Weil im Inventory gibt es immer nur drei Slots. Da muss man immer gut überlegen, was man denn jetzt so bei sich trägt. Ganz wichtig für das Spiel sind diese Action Tokens. Und zwar wird vieles in diesem Spiel durch Aktionen ausgelöst. Und hier hat jeder Spieler immer eine große Aktion und zwei kleine. Da sieht man dieses Symbol, das ist ausgefüllter, das ist eine kleine Aktion. Da hat jeder drei Tokens, eine große, zwei kleine und jeweils noch mal so einen kleinen Boni. Das heißt, wenn dieser hier die große Aktion macht, dann darf er sich immer noch eins bewegen und einen blauen Würfel dazu nehmen. Hier wäre auch ein blauer Würfel dazu. Hier dürfte man neu würfeln. Bei dem Charakter ist es, da ist automatisch ein Erfolg dabei, je nachdem, was er damit macht. Und hier wäre auch neu würfeln. Was eigentlich immer dabei ist, ist, dass man sich bei einer Aktion auch immer noch so ein Feld gerade noch bewegen kann. Das finde ich sehr schön. Das macht das Ganze sehr dynamisch. Was man mit diesen Aktionen machen kann, ist jetzt ziemlich leicht, weil alles ist abgebildet auf deinem Spielertableau mit dem Profil oder den Ausrüstungsgegenständen oder halt auf der Landschaft. Das sind alles Felder, die man da auslösen kann. Und das macht das Ding halt sehr übersichtlich, dass man nicht im Kopf haben muss, ja, welche Aktionen kann ich jetzt eigentlich tun? Alles ist sichtbar, was man tun kann. So sieht man zum Beispiel auch, die Bewegungsaktion ist abgebildet auf der Profilkarte deines Charakters. Also Bewegung ist hier möglich, auch bei der Sniperin, die das übrigens einen Tick besser macht. Dafür hat die große Aktion bei dem Typen hier ein Coordinated Advance. Also man kann sich bewegen und noch Leute mitnehmen. Dafür kann sie sprinten, also sehr schnell und leise vorwärts kommen. Und diese Prepare-Aktion, die hatte ich ja eben schon mal erwähnt, die erlaubt es dann aus dem Backpack Sachen ins Inventory hin und her zu mischen oder Sachen mit anderen Leuten auszutauschen. Und hier sieht man jeweils abgebildet, das ist halt das Symbol für eine kleine Aktion, das ist das für eine große. Möchte man angreifen, schaut man einfach auf seine Waffe. Hier hat man auch zwei verschiedene Angriffsmodi, also einmal einen Single Shot oder einen Burst. Das ist dann die große Aktion. Je nachdem gibt man unterschiedlich viel Munition aus. Munition sind diese roten Cubes, also sind auch limitiert. Wie kann ich nachladen? Naja, wir gucken einfach auf die Ammo-Karte. Das heißt hier auch eine Aktion aufwenden, um einen Reload zu machen und dann wird die Karte abgeschmissen. So und auf der Map finden wir jetzt noch freie Aktionen. Das sind diese Symbole. Die können wir einfach aktivieren, ohne ein Token ausgeben zu müssen. Und zwar hier, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dass man zum Beispiel reingucken kann. Diese Aktionen oder die freien Aktionen findet man auch auf anderen Komponenten. Da muss man halt einfach vor Ort und Stelle sein oder gewisse Voraussetzungen erfüllen. Wir legen einfach mal los und platzieren jetzt unsere Stalker in das Startfeld. Wir ziehen also los und versuchen Dalek zu retten. Ich würde mal sagen, wir gucken vor allem in die Häuser. Da diese ganze Welt aber stark radioaktiv verseucht ist und da crazy Shit abgeht, gibt es auch immer wieder Anomalien, auf die man treffen kann. Und die kann man nutzen, um besonders coolen Loot zu bekommen. Aber das ist immer so ein gewisses Glücksspiel. Dafür gibt es eine besondere Mechanik. Hier so eine Karte und eine verdeckte Karte. Das heißt, wenn man das erste Mal in dieses Feld reinläuft von der Anomalie, dann wird diese hier aufgedeckt und erzählt uns erstmal, was denn jeweils passieren würde, wenn man exploriert. Explodieren heißt, man zieht aus diesem Beutel ein Plättchen und dann wird das jeweils aktiviert. Was dann passiert, ist hier drauf zu sehen. Und wenn man das halt ein paar Mal hintereinander macht, das ist so ein bisschen push your luck, kann man, wenn man Glück hat, einen coolen Gegenstand bekommen. Für diesen Nebenschauplatz ist vor allem der dritte Stalker ganz gut. Den habe ich jetzt nicht dabei. Also das werden wir uns nicht anschauen. Auf der nächsten Karte haben die Anomalien auch nochmal eine andere besondere Fähigkeit. Also die wechseln je nach Szenario. Nur, dass ihr wisst, von denen können mehrere auf der Karte sein und verrückte Aktionen machen. So, wie legen wir los? Also in dieses Gebäude reingucken wäre vielleicht nicht schlecht. Ich nehme das mal weg für die bessere Übersicht. Man sieht hier ein Fenster. Da ist dieses Symbol, dass wir von hier aus halt so rein pieken könnten. Hier genauso. Hier sind zwei Eingänge. Dann wollen wir natürlich auch in alle Gebäude gucken und vielleicht nebenbei ein paar Gegner ausschalten. Jetzt stehen die schon ziemlich gut, weil, wo ist Sichtlinie? Die gucken immer nach vorne und zu den Seiten. Von hinten sehen sie nichts. Und sie haben alle schon so einen Overwatch-Token. Das heißt, sie sind in Bereitschaft. Würde ich mit meinem Charakter jetzt hier in Sichtlinie stehen bleiben und er hat einen Overwatch-Token und ist in Reichweite, dann würde er sich zu mir drehen und zuerst schießen. Das wollen wir natürlich nicht. Also ist jetzt die Überlegung, ob wir vielleicht hier vorbeischleichen, uns hierhin positionieren, weil dieser hier mit dem Rücken dann zu uns stehen würde und nicht aktiviert. Die anderen hätten keine Sichtlinie drauf. Und hier hätten wir sogar noch einen kleinen Raumbonus. Also da sind wir, glaube ich, in so einem Gestrüpp, dass ich hier plus eins auf die Verteidigung hätte, wenn das schief geht und zurückgeschossen wird. Also mein Sniper will bis hier hinkommen und in den Rücken schießen. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Um dahin zu kommen, nutze ich jetzt von der Sniperin den Sprint. Das kostet mich die große Aktion. Ich nehme die hier einfach, drehe die um und man sieht, man hat hier noch ein Bonus-Movement. Und das kann man vor oder nach der Aktion nutzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch einen Angriff machen möchte und eins von diesen Token nehme, kann ich vorher oder nachher nochmal in einer Bewegung machen. Das ist ganz cool. So, ich mache das große Ding, kann also den Sprint machen für bis zu drei Felder und nochmal zusätzlich eins. Und ich platziere einen von diesen gelben Noise-Markern in den finalen Space für jeden, den ich gelaufen bin. Sie möchte sich also jetzt von hier eins, zwei, drei, vier Felder bewegen. Pro Feld, dass man sich bewegt, macht man jetzt einen Krach. Es gibt diese roten und die orangenen Marker. Der rote ist zwei wert, der orangene einen. Man darf pro Feld maximal drei von den roten und zusätzlich drei von den orangenen drin haben. Also insgesamt das Maximum von neun. Vier Felder bewegt. Ich soll orangenen reinlegen, so viele Felder ich gelaufen bin. Aber im Maximum gibt es von drei, also lege ich drei kleine orangenen rein. Jetzt aber noch was Besonderes passiert. Und zwar in diesem Moment hier, wo er hier ankam, hat er Line of Side zu ihm hier. Also er, dieser Bandit, kann meinen Stalker sehen. Wäre ich in dem Feld stehen geblieben, hätte er mich angegriffen wegen diesem Overwatch-Token. Dem ist aber nicht so. Die folgende Regel ist jetzt, wenn man durch Line of Side eines Banditen läuft, dann macht man zusätzlich noch einen roten Markerkrach, weil er hat mich ja gesehen, ich husche vorbei und er ist jetzt neugierig. Oh, was ist da passiert? Also wenn er später aktiviert, es ist sehr wahrscheinlich, dass die hier alle gucken gehen. Das ist, glaube ich, genau der richtige Moment, wo man nochmal kurz über Line of Side reden sollte. Das ist in dem Spiel vielleicht nicht ganz intuitiv, aber doch sehr einfach geregelt. Wir machen das mal exemplarisch für ihn hier. Da sind wir ja gerade durchgelaufen. Wer das nicht sehen kann, er guckt in diese Richtung, checkt auf jeden Fall nicht, was hinter ihm ist, sondern nur, was vor ihm ist und zu den Seiten in die Richtung. So, die einfache Regel ist jetzt, wir prüfen von seinem Feld aus die Drei-Himmels-Richtung und zwar einmal dann hier Richtung Norden. Wir fangen von seinem Feld an, gehen immer eins weiter und gucken, gehen weiter Richtung Norden alle damit verbundenen Felder. Das machen wir auch zur Seite. Das wären also die Felder und das und von hier aus würde auch das Feld weitergehen und dann geht man hier in die Richtung weiter. Die Seite ist sehr einfach, das ist nur das Feld, das Feld und das Feld. So, wir sind durchgelaufen. Er hatte Line of Side dazu, ist neugierig, hat uns gesehen. Die nächste Aktion könnte ich jetzt auch machen oder einer meiner Mitspieler. In welcher Reihenfolge wir die Aktion machen, das liegt völlig bei uns. Da können wir uns genau abstimmen und das jeweils frei gestalten, wie es für uns am besten passt. Passt in dieser Phase sind jetzt erstmal nur die Spieler am Zug. Ein Gegner würde uns angreifen, wenn wir halt in einem Feld stehen bleiben, wo er uns sehen kann und Reichweite hat. Unser Plan war ja hier, ihm in den Rücken zu schießen. Das wollen wir jetzt auch machen. Hat auch den Vorteil, dass wir beim Würfeln einen Erfolg mehr haben. Wir schauen also auf die Waffe. Den Aim-Shot, den können wir nicht mehr machen. Die große Aktion ist verbraucht. Wir können einen Single-Shot machen. Wir wenden also eine Aktion auf. Hier können wir jetzt vielleicht den nehmen, wo wir nochmal einen Auto-Erfolg dazu bekommen oder einmal neu würfeln dürfen. Ich nehme das mit diesem Auto-Erfolg. Wir müssen jetzt eine Munition ausgeben. Munition sind die roten Cubes. Haben wir verbraucht. Wir machen zwei rote Krach in das Feld, wo wir gerade stehen. Dürfen uns dann ein Körperteil aussuchen und zwei rote Würfel würfeln. Ich lege als erstes die zwei roten Noise-Tokens in das Feld. Damit haben wir auch das Maximum erreicht. Und gucke mir jetzt die Gegnerkarte an. Das ist ein Bandit mit einer AK. Also diese Gegnerkarte zählt jetzt. Und wir haben zwei Körperzonen, die wir uns jetzt aussuchen dürfen. Entweder auf den Kopf oder auf den Torso. Der Kopf ist natürlich deutlich schwerer zu treffen. Da braucht man sieben Erfolge. Aber wenn man das schafft, ist der Effekt automatisch, dass der Gegner tot ist. Also wir müssen hier keine Hitpoints zählen oder sowas. Wir versuchen einfach nur gut zu würfeln. Bei einem Torso-Schuss müsste man auf eine 3 treffen. Aber dann würden wir noch mit diesem Würfel hier würfeln und nochmal entscheiden, was dann schlussendlich dabei rumkommt. Zwei Erfolge haben wir ja schon mal automatisch. Zum einen, weil wir in den Rücken schießen und das andere war über den Token, wo ja schon ein Stern drauf ist. Ich würde sagen, zu Demo-Zwecken schießen wir einfach mal auf den Torso und gucken mal, was bei zwei Würfeln rumkommt. Jo, das sah ziemlich gut aus. Fünf Erfolge. Da hätte auch der Headshot funktioniert. Aber wir sehen hier zwei toten Köpfe. Was das bedeutet, sehen wir jetzt auf unserer Waffe. Und zwar sehen wir hier bei unserer Sniper, bei zwei toten Köpfe gibt es einen Jam, also Ladehemmung oder sowas. Da müssen wir jetzt einen Token hier drauflegen. Wir können diese Waffe danach nicht mehr benutzen. Es sei denn, wir nutzen halt eine kleine Aktion, um diesen Token wieder loszuwerden. Wir schauen jetzt noch, wie gut wir getroffen haben. Und zwar würden wir jetzt mit diesem Würfel dieses Symbol würfeln, was es nur einmal gibt. Dann wäre der Effekt tot. Und bei jedem anderen wäre ein Pin-Down-Marker. Pin-Down heißt einfach, der ist niedergehalten und würde das nächste Mal, wenn er aktiviert, keine Schussaktion oder sowas machen. Wir haben aber mindestens sieben Sterne gerollt. Das heißt, es ist eine schwere Wunde. Das heißt, der Effekt, dass er tot ist, würde auch schon zutreffen, wenn wir dieses Symbol würfeln, was es dreimal gibt. Zwei Nieten, das wäre dann halt gar nichts. Das wäre auch wieder irgendein anderes Ergebnis. Wäre auch wieder so ein niedergehaltenen Marker. So, wir gucken mal. Und mit den sieben Erfolgen und diesem Würfelergebnis ist dieser Gegner jetzt tot. Und kommt einfach weg. Ich würde sagen, unser Assault geht mal ins Gebäude gucken, rennt vielleicht über die Flanke hier weiter und kommt von der Seite. Ja, wir machen vielleicht mal eine kleine Bewegungsaktion. Nehmen dafür dieses Token hier, haben da auch wieder eine freie Bewegung drauf. Wir müssen ja eine kleine Aktion machen hier für dieses Movement, was übrigens einen roten Krach macht. Bewegen wir uns mal hier zum Fenster, um dann hier die freie Aktion machen zu können. Nicht zu vergessen den kleinen orangenen Token, weil das Standardding ist, wenn du dich einfach bewegst und es ist nicht irgendwas anderes dort geschrieben, wie viel Krach es macht. Dann ist es ein normales Einer. So, wir machen jetzt den Peak in Zeit. Das ist ja eine freie Aktion. Und gucken mal, was unter dieser Karte ist. Wir spinksen also rein und hören das Rauschen eines Radios. Stellen aber auch fest, dass es mit Sicherheit nicht der Ort, wo Dalik versteckt ist. In dem Gebäude gibt es jetzt einen Unknown Token. Das müssen wir also zuerst auslösen und machen dann weiter. Dies Unknown Token symbolisiert einfach, da drin ist etwas, was wir noch nicht wissen, was passiert. Da wir reingucken, können wir jetzt sehen, was passieren würde. Das drehen wir um und es gibt zu dem Szenario einfach eine Karte, die jetzt sagt, was passiert mit 2A und in welche Richtung zum Beispiel ein Gegner guckt. A bedeutet, wir haben hier einen Banditen mit einer AK-47 und auf dem Plättchen sehen wir, dass der Richtung Westen guckt. Den Typ mit der AK setzen wir hin. Richtung Westen ist hier. Er sehen wir durch den Kompass. Und er kriegt auch keinen Overwatch-Token. Das ist auf manchen Plättchen auch drauf. Wir machen mit der Karte weiter. Und da wir jetzt einen Banditen drinstehen haben und auch reingespinkst haben, haben wir zwei Sachen zur Auswahl. Entweder wir sorgen für Ablenkung und platzieren ein bisschen Krach im Gebäude. Oder wir hören dem Radio zu. Da ich nicht spoilern will, lassen wir das und wir platzieren einfach Krach. Eine Bewegung hatten wir ja noch offen. Das war jetzt alles unterbrochen, weil wir uns hier hinbewegt haben. Wir mussten hier noch einen roten rein platzieren. Und ich würde sagen, wir machen es jetzt mal und rennen hier in Line of Sight und lassen uns anschießen, damit ihr seht, wie das in andere Richtung auch mal funktioniert. Wir nutzen also nochmal hier diesen kleinen Token, machen die Bewegung und laufen mit ihm jetzt hier rein. Die Aktion sagt, wir platzieren hier einmal einen roten Krach rein, also für zwei. Und er jetzt hat ja dieses Overwatch-Token, hat jemanden in Line of Sight und Range und dreht sich dessen zu ihm und ballert uns jetzt an. Das ist jetzt ein Bandit mit Shotgun und gucken hier unten bei seinem Angriff, was er macht. Und zwar schafft er eine Range von drei, macht da sechs Schaden, wobei er für jedes Feld, was er zu uns braucht, zwei abgezogen bekommt. Wir sind hier eins, zwei Felder weg, also er macht zwei Schaden auf uns. Die können wir jetzt abwehren, indem wir auf unsere Lederjacke gucken. Die hat nämlich einen Verteidigungswert von zwei. Wir können zwei Blau-Würfel würfeln. Drei Sterne, also den Angriff halten wir ab. Er führt jetzt auch noch seinen After-Attack aus. Und zwar verhalten sich die Banditen so, dass sie versuchen, außerhalb der Sichtlinie sich zu verstecken. Also ganz natürlich gehen die in Deckung. Und zwar in Laufreichweite, das wäre bei ihm zwei. Das ist hier ziemlich einfach, ist entweder rechts oder links. Wir sagen mal, er geht hier in die Ecke und er verliert auch seinen Overwatch-Token nach dem Angriff. Er hat ja was gemacht, also würde er gleich nicht nochmal reagieren, wenn noch was passiert. War jetzt ein recht schlauer Move. Er ist jetzt nicht mehr angreifbar mit unserer letzten Aktion. Also bewegen wir uns einfach nur noch sinnvoll weiter. Mit dem Assault haben wir jetzt noch die große Aktion und da können wir jetzt so einen Coordinate-Advance machen. Das ist ganz cool, um sich als Gruppe zu bewegen, funktioniert aber auch mit ihm selber auch. Also er kann sich ein Feld bewegen. Dann kann er einen Verbündeten, der in benachbarte Reichweite ist, auch eins bewegen, was ihn selber auch eins schließt. Und über das Token kriegen wir ja auch noch einen Bewegungspunkt. Also haben wir insgesamt drei Felder, die wir uns bewegen können. Mit ihm hier nutzen wir die jetzt, um da um die Ecke zu laufen. Wir wollen das Loot-Token mitnehmen, platzieren noch die drei Krach. Das Loot-Token kommt einfach weg. Man zieht zwei Stapel vom Loot-Deck, zwei Atemkarten, behält davon eine und legt die ins Backpack. Wir haben jetzt noch eine kleine Aktion mit der Sniperin. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in Entdeckung. Und zwar machen wir einfach den normalen Move mit diesem Plättchen und verstecken uns hier hinter. Machen wir noch einen Krach da rein. Weil alle werden jetzt dieses Feld hier erstürmen und sich angucken. Da wollen wir nicht stehen bleiben. Ich glaube, da geht gleich die Party ab. Die Gegnerphase ist auch ganz einfach. Und zwar alle aktivieren, haben so eine kleine AI-Karte, kriegen danach wieder so einen Overwatch-Token und dann ist die Runde auch schon vorbei. Wie sich unsere Gegner verhalten, ist recht natürlich. Zuerst wird natürlich geguckt, sieht er vielleicht gerade etwas, was auch in Angriffsreichweite ist, dann wird natürlich einfach drauf geballert. Ist dem nicht so, schauen wir, ob er vielleicht irgendwo Krach gehört hat. Also man guckt sich ein Feld an, zählt die Krachtokens zusammen und zählt jetzt Felder ab bis zum Banditen, ob da was dabei ist, was er hätte hören können. Also für jeden Krachwert zählt man ein Feld ab. Er entscheidet sich dann auch immer für die Felder, die den meisten Krach gemacht haben. Ist dem so, bewegt er sich hin und guckt dann wieder, ob er da was sieht, worauf er schießen kann. Ja, wäre das so, schießt er drauf. Wenn dann auch immer noch nichts da ist, dann wird einfach einer von diesen roten Markern entfernt in der Sichtlinie, weil er ist ja nachgucken gegangen. Da hat er Krach gehört, er sieht jetzt aber nichts. Also Gefahr ein bisschen gebannt, dann kann man auch Krach wegnehmen, weil man hat es ja gecheckt. Würde er auch in dem Fall ja kein Krach hören insgesamt, dann patrouilliert er einfach und bewegt sich ein Feld zufällig in eine Richtung. Klingt in sich eigentlich ganz vernünftig, wie die sich so verhalten. Später wird es wohl auch noch für unterschiedliche Gegnertypen andere Verhaltensmuster geben. So und die Logik handeln wir jetzt mit allen Banditen einmal kurz ab. Man fängt im Nordwesten an und geht alle durch. Als allererstes kommen alle Overwatch-Token weg. Dann wissen wir nämlich schlussendlich, welche wir schon aktiviert haben oder nicht, bei denen, wo einer liegt. So, mit ihm fangen wir an. Der Krach, der war nicht laut genug, das hat er nicht gehört, das reicht nicht. Aber hier das 9er Feld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das reicht. Also bewegt er sich in diese Richtung, sieht nichts, wo er draufschießen kann, bleibt erstmal stehen. Würde jetzt in Sichtreichweite vielleicht einen roten Marker entfernen, hat aber nichts in Sichtreichweite an Lautstärke. Kriegt einen Overwatch-Marker, ist der nächste Gena dran. Das ist er hier. Gleiche Verhalten, er rennt auch hier Richtung, hier in die Richtung. 1, 2, dreht sich dorthin. Er hat jetzt in Sichtlinie einen roten Marker, nehmt den hier raus, kriegt auch den Overwatch. So, machen wir mit ihm hier weiter. Er hört jetzt hier Krach auf jeden Fall. 1, 2, nee, das reicht nicht. Die 3 reichen auch nicht. 1, 2, 3 reicht auch nicht. Also rennt er hier in dieses 7er Feld. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das reicht noch. Also rennt er hier 2 weiter, ist auch aktiviert. So, und er hier, das ist jetzt spannend, er hat jetzt 2 Möglichkeiten. Er kann nämlich in diese Richtung laufen oder er kann in diese Richtung laufen. So, der kürzere Weg ist 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ist genauso gleich weit. So, wie lösen wir das jetzt auf? Der letzte Tiebreaker ist immer die Nord-West-Regel. Das heißt, er läuft Norden, Westen bevorzugt. Also 1, 2 und bekommt den Token. Da war er sehr geschickt, sich hier zu platzieren. Und er hier zu guter Letzt auch noch. Hat zwar auch hier Akkutokens drumherum, die er hören würde, aber das Feld ist immer noch höherwertiger mit den 7 und reicht auch von der Reichweite. Also bewegt er sich auch 1, 2 und bekommt hier einen rein. Wir haben es jetzt hier nur mit Banditen zu tun. In anderen Szenarien oder auch jetzt später in diesem Szenario kommen noch andere Gegnergruppen hinzu. Und in dieser Welt ist es so, dass die sich auch untereinander angreifen. Spieler werden zwar immer bevorzugt, also die Stalker werden zuerst angegriffen, aber es kann auch passieren, dass Banditen mit Monstern kämpfen. Das kann man auch geschickt ausnutzen. Die Runde ist durch und jetzt gucken wir wieder unser Missionsheft, was am Ende der Runde passiert. Und in dem Fall ist es jetzt auch so, dass diese Unknown Tokens alle geprüft werden, ob sie Krachenreichweite haben. Und in dem Fall ist es leider bei allen so. Das heißt, da spawnen jetzt wahrscheinlich überall Gegner. Auf zwei wichtige Aspekte bin ich jetzt noch nicht eingegangen. Das ist einmal Radioaktivität und die Wunden, die wir erleiden können. Ja, wir haben bis jetzt alles ausgehalten. In dem Spiel ist es sehr einfach geregelt. Wir haben keinen HP-Pool, sondern einfach drei Slots, wo wir Wunden anlegen können. Wenn wir eine vierte Wunde haben, dann wird am Ende der Runde immer gewürfelt und es kann sein, dass wir sterben. Wenn man eine Wunde erleidet, dann kriegt man die auch immer erstmal offen daran gelegt. Das hat dann noch einen andauernden, blöden Effekt. Die kann man verbinden, dann werden sie umgedreht. Sind aber trotzdem immer noch eine Wunde für dieses Wundenlimit. Und wenn man halt so viele hat, dann ist die Chance groß, dass man stirbt. Und es gibt aber auch Effekte, die sind halt ein bisschen aufwendiger. Da kann man das Ding auch heilen. Dann wird sie komplett diskadet. Und dann gibt es noch diese Radioaktivität. Es gibt Felder, die sind radioaktiv verstrahlt. Das hatten wir hier in der Mitte. Da sieht man hier plus zwei und ja, Nuklearsymbol. Wenn man da durchläuft, dann erleidet man zwei Radioaktivitätsschaden. Und dafür sind dann diese Scheiben. Das heißt, dort dreht man weiter und sammelt Strahlung. Und je nachdem, wo man ankommt, muss man dann auch gewisse Würfel würfeln und erleidet dort auch Wunden. Das sind hier auch wieder Karten. Und dann nimmt man nicht die rote, sondern die grüne Seite. Ja, will man auch nicht haben. Wenn das Szenario dann durch ist, dann gibt es noch so kleine Aufkleber für eure große Kampagnenkarte. Also das ist die Ortschaft, wo wir verschiedene Orte besuchen können. Also da werden Sticker draufgeklebt mit neuen Missionszielen. Andere Sticker werden vielleicht überklebt, weil dort Sachen abgeschlossen worden sind oder irgendwas passiert ist. Also das ist so eine lebende Karte, die sich verändert mit Stickern, die jeweils auch in diesen Boxen drin sind. Und als Sneak Peek war jetzt in diesem Prototyp auch so ein Ordner dabei. Also das kennt man von ISS Vanguard. Das wird es auch geben. Und zwar werden wir darüber so unsere Crew verwalten können. Also hier eine Liste dann von Stalkern, die man vielleicht freigeschaltet hat und man immer zusammenstellen kann. Aber auch ein Warenhaus, wo wir dann all unseren Loot organisieren können. Oder auch eine Ortschaft, die wir aufsuchen können mit vielen Skripten. Also wenn man dann auf der Weltkarte dort irgendwelche Orte besucht, dann erlebt man dort Geschichten, Events. Das ist so ein typisches Storybook, wie man das aus vielen von diesen Erwenden Realms Spielen kennt. So, was haben wir kennengelernt? Erstens zwei Szenarien. Storymäßig, finde ich, wird man hier ganz gut begleitet. Okay, Daniel, wie sehr warst du in der Welt drin? Ja, doch, hat mich ziemlich abgeholt. Also es ist einfach eine Geschichte, die drumherum erzählt wird um das einzelne Szenario. Du hast ein kleines Kampagnenbuch oder Szenariobuch, woraus du quasi immer zwischen deinen Zügen, also vor deinem Zug, nach deinem Zug vorliest. Die Story sich so ein bisschen darüber hinaus weiterentwickelt. Und ja, das ganze Setting holt eigentlich einen ab. Es ist so eine dreckige Welt. Die Monster laufen rum, du fühlst dich eigentlich ganz gut mit deinem Charakter, also man identifiziert sich ganz gut mit dem Charakter, rüstet ihn aus. Und ja, ich bin ganz gut abgetaucht. Auf jeden Fall. Wir hatten jetzt auch eine Audio-Version schon, die das vorgelesen hat. Wir haben das mal für das erste Szenario, so die ersten paar Seiten vorlesen lassen. Also das ist sehr immersiv. Da kommen Sound- und Audio-Effekte drin vor. Ein Sprecher, der das ultra gut vorliest. Ich weiß nicht, wie es mit einer deutschen Version aussieht. Wir haben geswitcht, das einfach mit Google Translate dann zu übersetzen und Christoph hat es vorgelesen. Und das war aber auch von Text her schon mal ziemlich cool. Also man fühlt sich durch das, was da erzählt wurde, gut abgeholt. Im Spiel selber, finde ich, klappt das eigentlich auch ganz gut. Also wir haben zum Beispiel 3D-Terrain. Also wir haben das erste Szenario aufgebaut. Wir haben eine Karte, eine Welt, die vom Szenario vorgegeben ist. Ruinen, die da drauf gesetzt werden. Und was ich sehr cool finde, ist, das ist eine recht dynamische Karte. Also wir haben hier noch so Environmental Cards, die auf den Plan draufgelegt werden, die uns immer anzeigen, was man an bestimmten Orten noch tun oder entdecken kann. Und dann werden halt wieder so Events getriggert, dass zum Beispiel eine Karte umgedreht wird, dass irgendwo Story-Text vorgelesen wird, dass da einfach was passiert. Ich muss auch sagen, also so diese Immersion und die Story und das Ganze drumherum lädt auf jeden Fall ein, sich darin wohl oder spaßig zu fühlen und das entdecken zu wollen. Man bleibt halt am Erkunden auf der Karte. Du hast wieder die Karten, es entwickelt sich immer weiter. Es kommen Gegner, wo du es vorher nicht erwartet hast. Du hast Tokens, die du umdrehst und es passiert was. Das macht Spaß. Ja, vor allen Dingen gibt es zum Beispiel auch Environmental Cards, wo du von außen eine Tür nur schwer aufkriegst. Aber wenn du innen drin bist und die Tür aufmachen kannst, verändert sich die Aktion, sodass es wesentlich einfacher ist. Ein ganz kleiner Fluff-Text lädt dazu ein, das Ganze auch noch immersiv wahrzunehmen. Absolut. Looten kann man natürlich auch. In Gebäuden gibt es Überraschungen. Du weißt nicht, was sich da wartet. Du kannst da reinpicken und schon mal ein bisschen gucken. Du kannst aber auch einfach reinstimmen und dich überraschen lassen. Und man hat halt ein Szenario-Ziel, das wandelt sich vielleicht auch mal ein bisschen. Und ja, legst dann einfach mal los, wo du am besten meinst, dass da vielleicht was passiert. Also das Entdecken hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielleicht können wir mal drauf eingehen, das Gameplay selber. Ich glaube, das ist auch noch super spannend natürlich. Was haben wir hier? Wir sind kooperativ unterwegs. Also jeder hat einen von diesen Stalkern. Schick ausgerüstet mit Waffe, mit Amor, mit bestimmten Equipment. Und versuchen jetzt gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Ja, Felder, durch die wir uns bewegen können. Kämpfen steht natürlich im Vordergrund. Aber auch so ein bisschen Geräuschmanagement. Also das ist ein Spiel, was möchte, dass man sich Gedanken dazu macht, wo man steht, wo man schießt, wie laut man ist. Dass man das vielleicht auch bewusst einsetzt. Dass man halt so Ablenkungsmanöver nutzt. Dass man irgendwelche Decoys irgendwo hinwirft, damit Gegner sich irgendwie anders orientieren. Das möchte das Spiel. Wir haben aber jetzt in den ersten zwei Szenarien gemerkt, dass es dann doch nicht so zu tragen kam. Dass halt dieses Noise-Management, ja, man gemacht hat, aber jetzt noch nicht so spielrelevant war. Weil es, glaube ich, halt vom Bellings hin gerade für uns noch ein Tick zu einfach war. Also durchrennen und ballern hat auch geholfen. Ja, leider schon. Also das hat so ein bisschen den Spannungsbogen runtergezogen, dass wir da doch eigentlich sehr gut durchgekommen sind. Also diese eigentliche Technik mit dem Geräuschmachen bei Bewegung, bei Angriff und dass das Gegner anlockt, finde ich sehr gut. Es ist natürlich ein bisschen Arbeit, das dran zu bleiben. Das überall, ja, zu managen, zu managen, genau, abzuhandeln. Aber an sich sehr cool. Und du hast ja eben schon das 3D-Gelände erwähnt. Das hat ja auch wirklich diesen Effekt, dass du dich hinter Mauern verbarrikadierst oder in Lagerhäuser reingehst und da besonderen Schutz hast. Oder eben versuchst, dich zu verstecken oder der Gegner da rumziehen muss. Und das macht so aus taktischer Sicht schon viel Spaß. Ich finde auch dieses Action-System, also wie läuft grundsätzlich so ein Zug ab oder eine Runde, ist, wir sind halt als Spieler im Zug, haben jeder Action-Tokens. Die sind auch recht individuell. Also man hat immer eine große Aktion und zwei kleine. Und auf dem Token sind dann noch Boni abgebildet. Das heißt, man muss sich auch mal gut überlegen, welchen von den kleinen Aktionen man zum Beispiel nimmt. Auf einem hast du zum Beispiel einen Erfolg mehr drauf oder einen Reroll. Auf allen ist immer noch so ein kleiner Ein-Movement mit drauf. Das heißt, man hat natürlich so Standardaktionen wie mit, ich bewege mich, ich schieße oder ich mache so ein bisschen eine Prepare-Action. Also ich bereite mich vor, indem ich zum Beispiel Equipment wieder umlade vom Backpack ins Inventory. Und was ganz schön ist, man hat eigentlich auf jeder von diesen Action-Tokens immer ein Movement drauf. Das heißt, immer so einen Schritt Bewegung, die kannst du eigentlich immer mitnehmen. Wenn du halt ein bisschen flotter unterwegs sein willst, dann musst du halt den ordentlichen Movement-Schritt machen. Das führt dazu, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass es doch recht dynamisch durch diese Karte geht. Und was ich sehr cool gelöst finde, ist, diese Aktionen sind halt überall auf deinem Equipment drauf oder halt auf deiner Charakterkarte. Die ist natürlich auch sehr individuell. Also jeder von uns hatte so eine andere Ausprägung, wir hatten einen Assault dabei. Der ist natürlich gut im Schießen oder im koordinierten Vorgehen. Ich hatte den Sniper. Klar, der hat halt so einen Aimed-Shot, womit er richtig cool zielen kann und viel Schaden macht. Und wir hatten den Guide dabei. Das ist einer, der gut im Erkunden ist, weil wir natürlich auf der Karte auch Animalien haben. Wir sind ja hier in so einem radioaktiv verseuchten Gebiet, wo auch sehr mysteriöse Sachen passieren, die man gezielt erforschen kann. Und da ist der Guide halt besonders gut drin. Also dieses Action-System finde ich sehr gut gelöst. Auf dem ganzen Inventory, also die ganzen Items, die man dabei hat, ist halt auch immer eine Aktion drauf. Das heißt, das sind alles so explizite Regeln, die direkt auf den Karten gedruckt sind, wo man wenig so jetzt irgendwie übers Regelwerk machen muss, weil es einfach draufsteht. Also ich nutze eins meiner Action-Tokens, führe etwas auf, was auf den Karten aufgedruckt ist. Das ist ziemlich easy. Das finde ich funktioniert da sehr gut. Hat Potenzial für ein sehr umfangreiches System, was sich da entfalten kann, dass man immer Bock hat, neue Items mal auszuprobieren. Jetzt vielleicht mal ein, zwei Punkte, die erstmal für ein bisschen Irritation gesorgt haben. Line of Sight ist ja auch immer bei so Dungeon-Crawler-ähnlichen Spielen so eine Sache, wer sieht eigentlich was. Und wir haben erstmal losgespielt und haben es missinterpretiert aufgrund eines Bauchgefühls und haben dann nochmal nachgeguckt und gemerkt, Line of Sight ist hier etwas anders geregelt. Und zwar, sagen wir mal, in einer Variante, die es versucht ist, es einfach zu machen, zu reduzieren, was aber zu Situationen geführt hat, wo wir so aus dem Bauch heraus meinten, das ist aber komisch, dass sie sich nicht sehen können. Das ist halt für dieses Spiel sehr wichtig, weil man halt immer gezielt darauf hinarbeitet, dass man irgendwo Krach macht, sich dann aber nochmal in die Ecke versteckt, damit man halt irgendwie nicht angegriffen wird. Wobei das auch nochmal so ein Punkt ist, wir haben es geschafft, in diesem Spiel nicht einmal Schaden zu nehmen, was ein bisschen schade ist. Das ist auch nochmal halt so eine Balancing-Sache. Das sind halt die ersten zwei Szenarien gewesen. Das war so diese Demo sozusagen. Die fühlte sich für uns gerade ein bisschen zu leicht an, deswegen kam das halt nicht so zu tragen. Wir haben aber trotzdem versucht, auf diese Art und Weise zu spielen. Und es ist auch Equipment dabei, was dazu einlädt, das eigentlich zu nutzen. Wie habt ihr so Line of Sight empfunden? Also ist das etwa, sagt, ja, das war dann irgendwie drin oder hat es dann irgendwie hinten raus doch immer noch gehabt? Line of Sight, so wie wir es dann bis zum Ende gespielt haben, hat es für mich auch abstrahiert. Und ich komme ja aus dem Spielaufiel-Tabletop-Bereich, von daher ist da Line of Sight durchaus ein Thema. In dem Spiel hat es auf jeden Fall einfacher gemacht und damit auch zum flüssigeren Spielablauf dann am Ende beigetragen. Absolut. Also es war dann einfach zu managen, nur wie du es eben schon erwähnt hast, es kommen so Situationen, wo du halt in einem diagonalen Feld irgendwie einen Gegner hast und denkst, ja, komisch, fühlt sich komisch an, dass die sich jetzt nicht sehen. Das ist manchmal ein bisschen unnatürlich. So, ein wichtiger Punkt ist ja mal so die AI oder die künstliche Intelligenz, wie verhalten sich Gegner an sich? Über Kampf reden wir vielleicht gleich nochmal. Also, wie finden die Gegner uns oder wie kommen die zu uns? Da gibt es so ein einfaches Flowchart, das ist so eine Standard-AI. Wir haben jetzt gehört, dass halt auch andere da noch reinkommen, also gewisse Gegner verhalten sich vielleicht nochmal total anders. Aber das war jetzt wirklich so, okay, sehen die uns, dann versuchen die sich halt dahin zu, oder zu schießen, wenn halt jemand da ist. Wenn nicht, dann versuchen die sich halt in die Richtung zu bewegen, wo der meiste Krach war. Fühlt sich, ist natürlich total, also erstmal total logisch aufgebaut auf jeden Fall. Wo es für uns bis zum Ende hin nochmal ein, zweimal gehapert ist, die Situation wie, wir greifen jetzt an, okay, was macht denn der Gegner jetzt? Ähm, wenn der so ein Aktivierungstoken hat, üblicherweise, jo, dann reagiert der da drauf und schlägt zurück, außer er steckt mit dem Rücken zu uns. Das ist so die Situation, wo der eigentlich völlig dumm ist und man, äh, jeder beliebig einfach draufhauen kann, weil der sich, so wie wir es interpretiert haben, einfach nicht umdreht. Das fühlte sich ein bisschen komisch an. Ich weiß nicht, ob's wirklich so gedacht ist, wir werden's nochmal in den Regeln nachlesen. Ähm, da haben wir eine Situation mal sehr gut ausgenutzt an der Stelle. Natürlich ist's thematisch cool, dass wenn jemand im Rücken zu dir steht und du einen großen Vorteil hast, das wird diesem Spiel auf jeden Fall auch gerecht. Die Sichtlinie ist auf jeden Fall nach vorne und zu den Seiten, also man muss sich da schon für anstrengen und gut planen, dass man auch wirklich jemand im Rücken steht. Ähm, an sich hat man wenig Probleme, ab und zu hat man mal einen vergessen, da war's so, ach, eben hätte er sich doch noch zu dir bewegen müssen, ne? Das ist dann so ein bisschen schiefgelaufen. Aber an sich ist das System, glaub ich, ganz gut ausgeklügelt und hat Potenzial für viele spannende Szenarien. Das würde ich jetzt mal so ins Blaue rein vermuten. Auch interessant, dass sich Gegnergruppen gegenseitig bekämpfen. Oh ja, das ist auch so ein Aspekt. Den hatten wir hier auch einmal. Also, ähm, hier gibt's ja verschiedene Arten von Monstern, die sicher auch nicht alle wohlgesonnen sind. Das heißt, die lösen auch ihre Konflikte aus. Das kann man halt auch gezielt ausnutzen. Wie gesagt, war bei uns jetzt nicht so wichtig, ähm, wir sind da recht locker durchgejoggt. Ja, wobei, wir hatten jetzt im zweiten Szenario auch mal einen richtig fetten Typen, wo wir dann immer gemerkt haben, wie soll man den denn platt kriegen? Und dann gemerkt, ja gut, vielleicht müssen wir den ja auch gar nicht platt machen. Also, man kann den ja auch geschickt irgendwo hinlocken und, äh, einfach nebenbei das Ziel erfüllen und einfach rechtzeitig abhauen. Also, das ist nicht Kill All Monsters. Das definitiv nicht. Wir haben aber genug Feuerpower das Ding, äh, platt gemacht. Da war aber auch ein bisschen Würfelglück dabei. So, bevor wir jetzt mal zu so einem Fazit kommen, ob wir Bock haben, daran jetzt noch weiterzuspielen. Vielleicht so zwei, drei Punkte, wo wir sagen, das könnte vielleicht störend sein für manche. Diese Noise-Tokens. Also, grundsätzlich ein System, was total sinnvoll ist, weil es so diesen Stealth-Faktor fördern soll. Das ist aber natürlich so ein bisschen Bookkeeping-mäßig, ne? Also, man muss immer gucken, wo läuft man durch, wo bleibt man stehen, wie viel ist man gelaufen? Da kommt jetzt Noise hin. Hat man geschossen, kommt Noise hin. Also, am Ende einer Runde hat man sehr viele Noise-Tokens rumliegen und dann wird halt Gegneraktivierung geschaut, okay, wohin orientieren die sich? Das könnte nerven. Also, da liegen schon ein Haufen Tokens und dann wird gezählt und geguckt. Kann ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen nicht gefällt. Man braucht auf jeden Fall so einen Noise-Beauftrag, der mal aufpasst, dass ordentlich die, ja, die Geräuschkulisse dort abgebildet ist. Vielleicht noch ein Punkt, wo ihr sagt, boah, könnte vielleicht ein Problem sein oder vielleicht nicht gefallen? Was mir noch aufgefallen ist, wenn Karten, Token und das 3D-Gelände liegen, plus nochmal Figuren, Das ist schon ziemlich wackelig, rutschig und dann schiebt man es wieder hin und dann muss man auch noch die Karten umdrehen und wieder alles abbauen. Also, es passiert schon so ein Immersions, vielleicht ein kleiner Immersionsbruch, wenn man dann doch alles wieder umdrehen muss und wegschieben muss. Da musst du ein bisschen aufpassen. Also, wer da zittrige Hände hat, da wird natürlich mehr umgestoßen. Ich bin ja einer, ich sag dann immer, okay, lieber mehr irgendwie Spielfluss und ich kann alles gut sehen als irgendwie das 3D-Gelände. Ich war dann der, der nach und nach das 3D-Gelände abgebaut hat und ihr so, äh, stell mir meine Wand hier zurück. Im zweiten Szenario habe ich sie dann nicht mehr aufgebaut. Und für mich hat das besser funktioniert. Also, ich brauche das nicht zwangsweise, ehrlich gesagt. Was natürlich richtig geil ist, sind diese Umgebungskarten, die man einfach drauflegt und die einfach dieses Spielfeld super dynamisch machen. Das ist einfach ein cooles System, hat auch wunderbar funktioniert. Wir hatten nie irgendwie Probleme, irgendwie was richtig abzuhandeln oder so. Das hilft einfach, dass dieses Ding sich wie eine lebendige Welt anfühlt. Das war auf jeden Fall cool. Ja, klar, die Karten rutschen und die Planteile rutschen auch. Da würde ich es mir wünschen, dass da vielleicht so ein Stecksystem gibt, dass es nicht so rutscht. Und magnetische Karten gibt es natürlich nicht. Das wäre ein Traum. Kann man aber selber lösen. Also, ich mache auch gerne mal irgendwie so Malerkrepp. Mach das irgendwie so eine kleine Rolle und klebe es dann drunter. Das lässt sich super ablösen. Damit kriegt man das auch gut hin. Ja, Balancing, das ist so eine Sache, die haben wir schon angesprochen. Also, wir haben uns jetzt unterfordert gefühlt und haben manche Aspekte des Spiels nicht so ausleben können, wie sie gedacht sind. Ich sehe aber das Potenzial, dass das eigentlich möglich ist mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Das waren ja jetzt die ersten zwei Szenarien. Wie gesagt, wir haben nicht eine Wunde bekommen, was auch eigentlich ein interessantes System ist. Man hat nicht irgendwie so ein Lebenspool. Dann heißt es jetzt irgendwie drei HP weniger oder drei HP mehr. Auch bei den Monstern, das finden wir eigentlich ganz cool, dass die haben halt ein Leben. Entweder du schaffst es oder ein Big Boss hat dann einfach mal zwei Seiten. Also, du musst erst mal gucken, seinen Weakspot zu treffen und dann dreht sich das um und dann guckst du nochmal, wie das funktioniert. Also, wie so Kämpfe abläufen mit dem Schadensystem ist eigentlich cool. Man könnte erst mal vermuten, ja, einfach nur Würfel würfel und gucken, ob es klappt. Ist ja ein bisschen langweilig. Aber eigentlich passt es so, weil du willst es nicht komplizierter haben für das Spiel. Das Wichtige ist einfach deine Stellung und wie du dich bewegst. Ich glaube, das haben wir im Wesentlichen so zusammengefasst. Jetzt so die Frage, hat man jetzt Lust, noch mehr von der Welt zu entdecken? Also, von meiner Seite aus ein ganz klares Ja. Wir haben das Balancing-Problem schon angesprochen. Das macht natürlich so ein bisschen den, oder senkt ein bisschen den Reiz. Aber es ist ein Prototyp. Da kann ja Gott sei Dank noch was dran passieren. Also, das müsste eigentlich auch was dran passieren. Denn, also, die ganze Welt finde ich super spannend. Die Map haben wir schon viel drüber gesprochen. Finde ich sehr interessant aufgebaut. Man hat diesen Erkundungsfaktor. Man hat dieses taktische Vorgehen. Den Charakter zu managen, finde ich sehr gut. Das Bookkeeping finde ich noch im Rahmen, also gut für mich zu managen, ist nicht tausend Kartenstapel auf dem Tisch. Und insofern, mein Fazit ist positiv. Ich hätte Lust, da noch weiter einzusteigen. Einzig, wir waren jetzt ein bisschen unterfordert. Ich kann mich da nur anschließen. Die Charakterentwicklung, die Ausrüstung, die wir hatten. Dass du jetzt hier an deinem Gewehr noch ein Scharfschützen, dass du an deinem Charakter hier noch ein Teleskop reinbringen konntest, dass wir looten konnten. Und auch diese in sich abgeschlossene Welt in einer Mission, super immersiv. Hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Und man hat sich wie seinen Charakter gefühlt. Also du bist dieser Stalker, der hier jetzt auf dem Feld rumwandelt. Der Koop-Aspekt ist da. Ich konnte dir eine Wunde verbinden. Die musste ich vorher bereit machen, die Bandage. Ein Energy Drink trinken für eine weitere Aktion. Dann können wir das machen. Da ist viel Taktik drin. Das hat Spaß gemacht. Die Immersion in der Welt ist da. Ich bin auf jeden Fall dabei, wenn es weitergeht. Es ist auf jeden Fall viel Tabletalk. Also dieses sich koordinieren, überlegen, wer macht welchen Schritt, in welche Richtung, wer orientiert sich in welche Bereiche des Maps. Wie gehen wir vielleicht den und den Gegner an? Das war da auf jeden Fall. Ich glaube, es ist vor allem ein Kampagnen-Spiel. Es wird ja auch diesen Solo-Survival-Mode geben. Den können wir jetzt nicht spielen. Da können wir überhaupt nichts zu sagen. Auch insgesamt. Also wir haben das jetzt vor der Kampagne aufgenommen und ausprobiert. Wir können nichts zu der Kampagne sagen. Wir wissen nicht, was da drin stecken wird. Ob sich das vielleicht preislich lohnt oder nicht. Wir haben jetzt rein nur mal das Gameplay kennengelernt. Und ich glaube, dieses Spiel will man als Kampagne erleben. Und die spielst du dann auch einmal durch. Und ich glaube nicht, dass man Szenarien dann nochmal spielt. Einfach da kennt man einfach alles, was da passiert. Klar gibt es Bereiche, die haben wir gerade noch nicht aufgedeckt. Die werden wir uns gleich einfach mal angucken aus Neugier. Aber deswegen spielt man ehrlich gesagt das Szenario nicht unbedingt nochmal. Es gibt, glaube ich, einen Haufen Stalker, die dann noch dazu kommen werden, die man entdecken kann. Und ich sehe halt einige Gegnertypen und so weiter. Ich denke, die Kampagne ist interessant genug, dass man sie einmal erleben möchte. Das auf jeden Fall. Und dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie bei Jagged Alliance kann ich mir das vorstellen. Du hast halt deine Crew. Du hast Equipment, was du dir kaufst. Auch Sachen wieder verkaufst. Und versuchst halt einfach, dieser Welt zu bestehen und halt nach und nach die Story zu erleben. Die Story ist sehr gut erzählt. Die ist spannend. Ich hoffe, es gibt eine deutsche Vertonung. Ich vermute eher nicht. Aber gut, diese Hefte kann man auch einfach mal schnell vorlesen. Und deswegen, ich habe auch Interesse, da mehr kennenzulernen. Wenn natürlich die Balance stimmt. Ich denke, das kriegen sie hin. Ist das auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich muss sagen, ich habe Stalker nie gespielt. Also diese Welt ist jetzt auch nicht etwas, was mich total anlacht. Dieses dystopische Tschernobyl, irgendwie alles war radioaktiv und so weiter. Vielleicht auch noch ein Spektrum gerade eingehen können. Also Radioaktivität ist auch so eine Sache. Es gibt Gebiete, die einfach verseucht sind, wo man vielleicht nicht durch möchte. Oder man hat Schutzkleidung. War jetzt in ersten Szenarien auch noch nicht so relevant, ehrlich gesagt. Ja, an sich, man merkt, Awaken Realms hat hier aus seinen ganzen Spielsystemen sich wieder so die besten Sachen rausgepickt und halt wieder ein rundes Paket draus gemacht, wo es was Spannendes zu entdecken gibt. So, das kann man vielleicht so schlussendlich zusammenfassend dazu sagen. Man muss halt Bock haben auf so einen kooperativen Dungeon-Crawler-elliges System. Was man auch wissen muss, ist so Auf- und Abbau ist ein Faktor. Also es dauert etwas. Du musst die Map-Tiles raussuchen, die ganzen Karten hinlegen. Das ist halt so der übliche Rahmen, den man bei so einem Dungeon-Crawler einfach hat. Also das ist nicht ultra minimalistisch. Ist jetzt kein Gloomhaven-Style. Also die Menge hat's nicht. Aber ist jetzt auch kein Death May Die. Also Death May Die ist vielleicht auch ein sehr seichter Dungeon-Crawler. Das ist hier definitiv auch nochmal ein Level drüber. Dann versuche ich noch, die Fragen zu beantworten. So kurz und knackig, wie es geht. Mich interessiert vor allem die Spielmechanik. Trägt die? Ist das innovativ? Kann man das Glück ausreichend beeinflussen? Also Glück ist natürlich etwas drin, durch die Würfel. Es ist auch so, dass man hier vorher versucht, sich gut zu positionieren, gut zu überlegen, was booste ich noch, um möglichst viele Würfel zu haben. Welche Monster greife ich an, welche nicht. Und dann wird gewürfelt und das ist der Zufallsfaktor. Da ist auch mal ein Re-Roll bei, aber es ist jetzt nicht so, dass man erstmal rollt und dann überlegt, wie man diese Würfel irgendwie fett aufteilt oder irgendwie noch rumdreht oder sowas. Also, ja, es ist eher so, vorher wird Gehirnschmalz reingesteckt und dann guckt man halt, ob es passt oder nicht. Trägt die Mechanik? Ja, ich glaube, sie kann einige Szenarien tragen. Ich denke, es steht oder fällt, aber vor allem mit interessanten Szenarien, die man erlebt. Dieses Aktion auf Karten finde ich sehr gut und auch die Umgebungskarten zum Entdecken, das hat auf jeden Fall ein grundlegendes System, was es zulässt, viele spannende Szenarien zu erleben. Und das erste von dem zweiten hat sich auch schon ziemlich anders angefühlt. Deswegen, Potenzial ja, es steht und fällt mit vielen coolen Szenarien. So, das können wir im Moment nicht bewerten. Ist es sehr grindy wie Tainted Grail oder funktioniert das regelwert so, dass Herausforderungen, Thema und Storyprogression gut ineinander greifen? Und als Bonus spielen die Minis eine Rolle? Oh, ja, wir haben es jetzt mit Tokens nicht gespielt oder mit Pubstandies. Das geht natürlich auch. Grindy können wir nicht sagen. Also, ich habe hier schon das Gefühl, dass hier Story wichtig ist und die Szenarien vor allem darauf ausgelegt sind, da was zu erleben. Deswegen spielt man sie wahrscheinlich auch nicht mehrmals unbedingt. Ob da irgendwann ein Grind eintritt, kann man absolut nicht sagen. Wir haben bis jetzt von der ersten Kampagne zwei Missionen gesehen. Greift alles gut ineinander? Kann sein, ja. Wie geht die Kampagne mit verlorenen Spielen um? Müssen Partien zwingend wiederholt werden? Oder haben verlorene Partien Einfluss auf Folgepartien? Also, wie gesagt, bis jetzt haben wir noch nicht so viel gesehen. Einmal war die Möglichkeit zu sagen, ach komm, man kann auch weitermachen, ohne dass man neu spielen muss. An der anderen Stelle müsste man sie neu spielen. Wir hatten jetzt keine von den beiden verloren. Dessen kam das nicht zu tragen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieses System auch zulässt, so ein Tracking zu haben, dass irgendwelche Sachen sich beeinflussen in der Welt. Also, wir haben es ja auch erlebt, dass wenn Sachen passiert sind, wurden Sticker auf eine Karte geklebt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwie Abzweigungen, Branches gibt oder Sachen sich gegenseitig ausschließen oder sowas. Ich denke mal, ich würde sowas einbauen, wenn man diese Möglichkeiten hätte. Prinzipiell sind sie da. Mich würde interessieren, wie es sich für Solo-Spieler spielt. Ich habe Solo nicht gespielt, ich glaube, aber es funktioniert sehr gut Solo. Wie so viele Dungeon-Crawler, es gibt hier nur offene Informationen. Man kann einfach mit zwei Charakteren rumrennen. Klappt wunderbar. Huhu, mich würde die Charakterprogression interessieren beziehungsweise die allgemeine Progression und worauf eure Meinung nach der Fokus im Spiel liegt. Charakterprogression, also viel ist halt Equipment. Später wird es so sein, dass man halt so eine kleine Bande hat an Stalkern. Die werden im Ordner verwaltet. Das heißt, man kann sich immer selber so ein Team zusammensuchen, was für die Aufgabe vielleicht am besten passt. Und natürlich das ganze Equipment. Also man hat da so ein Lagerhaus an Sachen und dann rüstet man halt perfekten Squad mit der perfekten Ausrüstung zusammen und geht dann auf Missionsjagd. Die Charakterentwicklungen selber, glaube ich, gibt es da nicht so sehr. Es gibt halt verschiedene Stalker zu entdecken oder in die Gruppe aufzunehmen, die dann unterschiedlich coole Fähigkeiten haben. Es ist jetzt aber nicht so, dass jeder Charakter irgendwie sein eigenes Kartenaktionsdeck hat. Das ist nicht da drin. Fokus auf dem Spiel. Klar, ein Story-Dungeon-Crawler würde ich zusammenfassen mit dem Erleben einer großen, epischen Weltgeschichte mit vielen Szenarien. Gibt es ein Drop-in, Drop-out, wenn bei Mehrspielepartien die Spieler wechseln würden? Ich denke, das ist problemlos möglich. Also man hat ja sowieso immer eine Bande an Stalkern und setzt sie vorher vor der Mission einfach zusammen. Dann ist es auch kein Problem, mal ein Szenario nur zu zweit zu spielen, zu dritt oder mal auch zu viert. Das ist, denke ich, überhaupt kein Problem, wenn man mit den Regeln drin ist und einem egal ist, dass man Teile der Story nicht kennt. Grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass es hier auch One-Shots gibt. Also man muss nicht diese Campagne-Story spielen. Es gibt auch Szenarien, die darauf angelegt sind, dass die einfach mal als One-Shot gespielt werden. Ist es ein komplexeres und tiefgründigeres Zombicide mit Campagne oder nicht vergleichbar? Ist auf jeden Fall anspruchsvoller als Zombicide. Die Frage kommt gleich nochmal, wie komplex das ist. Ich habe das Gefühl, man kann es ganz gut mit Nemesis so vom Anspruch vergleichen und ist auf jeden Fall über so einen typischen Zombicide oder Death May Die, aber auch unter einem Gloomhaven oder Sword and Sorcery. Ich habe jetzt nicht so viele Spiele, die ich damit vergleichen kann, ehrlich gesagt. Aber es ist vom Regelwerk deutlich angenehmer als andere Spiele von Welton Realms. Da haben sie ja gelernt. ISS Vanguard war auch schon deutlich besser fand ich vom Regelwerk. Man merkt, sie haben an vielen Stellen versucht, das Spiel zugänglich zu machen und zu vereinfachen und das Erlebnis in den Vordergrund zu stellen. Der Aufbau sieht mega aufwendig aus. Ist das so? Der Abbau dann ebenso? Ja. Also wenn man Bock hat auf dieses 3D-Terrain, das dauert natürlich, die richtigen Teile zu finden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die halt, wenn ein anderes Szenario ansteht, dann wieder auseinandergefummelt werden und man sie sich total wieder auch so puzzlemäßig zusammensucht und zusammenstecken kann. Also wenn man Bock drauf hat, kann man das sehr opulent ausstatten. Beim ersten Szenario hatten wir es noch am Tisch stehen, später haben wir es halt abgeräumt, weil es an Übersicht mangelte und mir persönlich zu viel Zeit gedauert hat, das auf- und abzubauen. Ansonsten ist es halt ein typischer Dungeon-Crawler. Also du suchst dir halt die richtigen Planteile raus, du legst Karten drauf. Das ist aber schnell abgehandelt. Das ist jetzt kein großes Problem. Das ist das übliche Maß. Wer natürlich Bock hat auf das 3D-Terrain, ist deutlich länger beschäftigt. Erzählt der Spieler eine Geschichte? Wenn ja, ist die plausibel oder an den Haaren herbeigezogen? Schon häufig erwähnt, Story-Spiel, ja. Und wir finden es gut erzählt. Ich bin üblicherweise einer, der das gerne skippt oder kürzt. Wir haben alles vorgelesen und fanden es sehr thematisch und cool. Und hoffentlich gibt es vielleicht sogar eine deutsche Synchro der Audios. Es gibt eine Sprachbegleitung, dass man sich das vorlesen kann, was wirklich so Hörspielcharakter hat mit coolen Sound- und Ambienteffekten. Das klang schon mal richtig cool in der englischen Version. Mit Deutsch kann es vielleicht schwierig aussehen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Stretch-Goal wird. Dieses ganze Video ist ja vor der Kampagne aufgenommen. Was ist der limitierende Faktor in dem Spiel? Gibt es eine Zeitbegrenzung für die Mission? Steigt die Monsterzahl? Also, definitiv sind die Szenarien begrenzt, und zwar von der Rundenanzahl, obwohl man nicht weiß, was einen noch erwartet. Dank diesem Story-Heft blättert man immer weiter nach jeder Runde, erlebt wieder etwas, also das ist schon geskriptet. Und irgendwann merkt man, okay, da passiert jetzt was, was die Zeituhr schneller laufen lässt oder auslaufen lässt. Zum Beispiel im ersten Szenario, dass halt so ein radioaktiver Sturm kommt und immer stärker wird. Das heißt, wenn man es nicht rechtzeitig schafft, geht man wegen dem drauf. Deswegen ist es immer so, dass man halt gegen die Uhr spielt. Man weiß aber nicht, wie lang die Uhr noch tickt. Und es gibt so eine gewisse Dramaturgie, dass man mitbekommt, dass irgendwas Schlimmes im Anmarsch ist oder irgendwas passiert, dass man Zeitnot hat. Inwieweit sind die Charaktere asymmetrisch und welchen Impact hat das Loot, das man findet? Die Charaktere sind schon recht unterschiedlich von ihren Skills. Also da sind Charaktere dabei, die definitiv eher ausgeklickt sind auf Sniper, einen Frontmann oder auch einer, der gut ist, die Anomalien zu untersuchen. Da sind die schon sehr unterschiedlich. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Stalker mit reinkommen, die sich nochmal da ein bisschen unterscheiden. Großen Impact hat natürlich der Loot. Ja, also die Ausrüstung und das Equipment, das ist schon entscheidend für dieses Spiel, sich da kontinuierlich zu verbessern, coolere Sachen zu finden, Sachen zu verkaufen, andere Sachen dafür einzukaufen. Ja, das ist ein wesentlicher Faktor in dem Spiel. Was war der spaßigste, beste Moment für dich, als du es gespielt hast und warum? Ja, Daniel als der Frontmann rennt irgendwo in ein Haus rein, schießt mit seinem Sturmgewehr auf kurze Distanz einen Burst und trifft gar nichts. Das haben ihm die ganzen zwei Szenarien aufs Butterbrot geklebt, geschmiert, so heißt es. War sehr witzig und hat das Spiel auf jeden Fall für weitere Lacher gesorgt. Ja, die Momente passieren und wie man merkt, das nicht vergessen. Ansonsten gab es natürlich auch spannende Momente, wo man Entscheidungen treffen musste. Okay, den großen fetten Boss, machen wir den oder lenken wir ihn ab und schleichen drumherum. Also, da waren schon manchmal Diskussionen dabei, die ganz interessant waren. Hat es einen Bezug zu dem PC-Spiel? Zum Beispiel trifft man Charaktere aus dem Videospiel. Ich habe Stalker als Videospiel nie gespielt, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich habe aber das Gefühl, dass es das aufgreift storymäßig, weil hier gerade zum Beispiel Strelok genannt wurde und ja, da sind Charaktere drin, die ich glaube auch im Videospiel drin sind. Also, man wird sich da wahrscheinlich gut wiederfinden. Ist es ein Abenteuerspiel? Wie viel gibt es während der Mission zu lesen? Man muss schon Bock haben auf Story lesen. Wie gesagt, das ist der USP des Spiels, dass es vor allem darum geht, was zu erleben, was geschichtsmäßig ist und ja, am Ende jeder Runde gibt es eigentlich immer so einen kleinen Block zu lesen. Am Anfang des Szenarios gibt es ordentlich was zu lesen und während dem Szenario hat man da auch ein paar Sachen, die entdeckt werden, wo plötzlich irgendwelche Karten ins Spiel kommen, die ja irgendein Ereignis abhandeln und so weiter. Also, während dem Szenario geht es am Rundenende und halt am Start des Szenarios. Aber, also wir hatten Spaß dabei. Klang gut. Was da vorgelesen wurde, war stimmungsvoll. Wie fiddly ist das Spiel? Ich finde immer, dass Awakened Rams viele kleine Regeln hat, die eher stören als helfen. Ich glaube, so teilweise bin ich schon mal drauf eingegangen. Es fühlt sich deutlich gestreamleiter an als andere Spiele. Trotzdem haben wir ja schon im Fazit gesagt, also ein, zwei Sachen sind fiddly. Zum einen Terrain mit Karten, verrutscht gerne. Und dieses Token-Management von dem Noise, also dem Krach, den man macht. Also, da liegen dann teilweise schon ein paar Tokens auf dem Tisch, wo man das Gefühl hat, puh, jetzt haben wir irgendwie fünf, sechs, sieben Felder und 20 Tokens liegen rum, aber nur irgendwie ist ein Feld dann noch relevant. Man findet schnell, welches Feld relevant ist, ja, aber dieses da wieder abräumen, ja, kann nerven. Es ist nicht so tragend. Also, es ist halt schon wichtig, dieses, wenn es ein Stealth-Game sein möchte, so ein Schleichspiel, wo man damit immer haushaltet, okay, welche Gegner kann ich vielleicht umgehen, wo kann ich sie irgendwo hinlocken, dann braucht man halt irgendwas in die Richtung und das ist schon so, glaube ich, die bestmögliche Lösung, die mir auch einfallen würde. Deswegen ist es schon dafür notwendig und ganz gut gelöst, aber es kann halt Leute nerven, dass man die ganze Zeit irgendwie in, ja, Noise-Tokens legen muss. Skeletterspiel mit der Spieleanzahl oder müssen immer vier Charaktere gespielt werden. Nein, man kann auch unterschiedliche Anzahl von Charakteren spielen. Das Spiel versucht, es zu skalieren. Das haben wir im Fazit schon besprochen. Wir hatten das Gefühl, dass es gerade noch nicht so gut funktioniert, aber das ist ja zum Glück etwas, woran man noch arbeiten kann. Braucht man eine Gasmaske zum Spielen? Also, wenn ihr mit vier Leuten im Keller spielt, könnte sein. ich sage,